Oh Gott, was ist mit dem? Ah, ich bin reloading! Nein, was zur Hölle? Was ist passiert? Hinter mir! Herzlich willkommen zu einer Runde Contagion. Ich bin der Stoff. Und ich habe heute eine Runde Contagion gespielt mit dem Hardy. Und ich zeige euch einige Ausschnitte daraus. Viel Spaß damit. Wir sehen uns im Game. Ah, da ist ein Mal. So, Contagion also. Was kommt noch? Ich habe keine Ahnung. Also, was müssen wir da? Ich muss mal da... Warte mal. So, wenn du auf Q druckst... Aha, ich habe ein MP. Okay, offenweg. Q ist die Previous Web. Ich glaube, das ist so... ...middling einfach. Wie ein CS. So mäßig. Dürfe es vielleicht ein CS-Engine sein? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, ja. Da kann man irgendwie... Auf... Was ist das? Irgendwie mit... ... in... ... Flashschlider. Ah, weggeschmissen. Mit G, ob ich es will... F***, ich finde es nicht mehr. Wo ist sie? Ja, da liegt es. Da liegt es, da, da, da. Aha, wenn ich es... Genau. Okay. Irgendwie kann man es... ... das Ding aufmachen, das Handy. Aha, das Handy kann man aufmachen, okay. Ich bin überfrug. Oh, I'm sorry. Oh shit, mein MP5. Ich hab dir gerade noch eine reingegeben. Ich hab kein Damage-Frick. Mit... mit V. Oh shit. Hör auf! What denn? My bad, my bad. F***. Okay, okay. Unloaded. Ah, okay. Uh, da zeigt sie uns an, wo wir hin müssen. Ah, das ist... das ist nice. Ich frage mich schon zwei Stunden lang, was ich da machen will. B. Mach einmal auf einmal. Aha, okay. Nice. Ja, nice. V ist ein mittlerer Maustaste. No, komm. Sonst komm ich eh umbein. Shit, ob ich schon an der Schoß? So'n Typen. So'n Typen. So'n Wüten. Aber, aha, mit rechtem Maustaste zoomen wir ein, ne? Ja. Anzoomen, sondern komm. Du, du schierst und ich einfach einmal... Scout. Also, ich muss ihn folgen. Achso, wir müssen dich retten. Oh, kacke. Ah, das ist so... Oh, shit. Ich glaub, da geht's um. Ui. Wie komm ich da rüber? Ach so. Wow, sie müssen retten, schnell! Achso, retten. Da geht's um Typen. Keine Ahnung. Ja, nur irgendwie, wenn... Oder nicht? Da ist ich mich? Ja, nur irgendwie, wenn... Und einige? Ich flankier rechts. Nein, ich... Ich geh mit, vielleicht. Ah, shit. Typen dich um, later bitch. Okay. Oh, shit. Was ist da los? Nein, das ist nicht mehr. Das ist keiner eigentlich. Meine woher... Warte, hey, warte, warte, wie kann man das auch? Hausrede? Da ist einer. Locked. Locked. Okay, das geht ja volle Fälle auf. Oh, der Greiter Triebe. Ich glaub da hinten im Garten ist Action. Oh, shit, da ist... Haha. Feine Apple, the Fruit Dude. Das ist mein Name. Oh, warte, 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 ich schau nochmal, wo wir hin müssen. WTF? Na, da durch den Garten. Ich hab das schon im... Ja, aber du... Oh, shit. Oh, shit. Okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Der, der eine Tier hätte mal aufmachen können, gell? Richtig? Dann geh ich mal durch meine. Nein, wir brauchen irgendwas zu aufmachen, wurde gesagt. Ach so. Vielleicht finden wir da noch was. Ui, hängt er uns... Okay. Die halben Telefon, oh shit. Oh, der. Die, bitte. Ja, geht nur in den Kopf, glaube ich. Gute Schuss. Das ist aber ganz schön brutal. Ja, ich muss schon ein bisschen ein-game. Oh Gott, was ist mit dem? Ah, reloading! Na, was der hell? Was ist passiert? Hint er mir! Verfiggt! Hint er mir! Hint er mir schon. Ich hör's dir in den Kopf, gell? Hahaha. Hint er mir schon. Hahaha. Ich hör's dir in den Kopf, gell? Ja, komm komm herf, komm herf, gäh wir mal runter. Ich habe Probleme. Ich habe nur 28 Damage-Schuss. Wieso komme ich noch nicht raus? Hüpfen wir mal am Dach. Okay. Wass auf, da kommen wir die... Reloading. Weiter runter, weiter runter. Ich komme weder auf, fasziniert das auch. Das ist mit ihm verkehrt. Können wir uns irgendwie reparieren oder so? Da komme ich nicht, oder? Ich weiß nicht, ich habe nur... Nicht! Okay. Schaut nicht gut aus. Schaut nicht gut aus. Schaut nicht gut aus. Oh, da wird jetzt ziemlich laut. Oh, am Dach ist einer. Ich kann mir die Ecke leicht aussehen. Ich habe die Ecke. Geh... Oh! What the hell? Vielleicht, du schießt noch höher vielleicht, oder was? Was ist das jetzt? Schau dir Gänge wieder. Vielleicht essen wir gerade unsere... Hold out complete? Wir müssen Kahn, wir müssen Kahn. Ich weiß nicht, irgendwas ist schon... Wir müssen einfach der Spur folgen und dann tracke. Ja, dann gehen wir, gehen wir, gehen wir. Oh, 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 oh... Ich springe einfach. Ich muss rein, ich habe keine Munition mehr, ich bin komplett blank bei der Nähe. Nein, ich liebe dich nicht. Da, wenn du alle hin schaust. Noch irgendwo. Oh, wo stehen die dort? Keine so. Ja, noch ist viel kleiner. Ja. Mach auf mit E, mit E. Jawohl. Hallo, Gott. Ja, da liegt eine Mollektion. Das ist cool. Huh? Was? Gibt es da eine Ammo? Nein. Oh, da gibt es eine Ammo, links. Ich brauche etwas. Ich brauche es. Ich brauche es. Ich brauche es. Ich hoffe, auch der rechts kann man jetzt wieder. Okay, ich glaube, du gehst mit. Passt. Warte, wo ist die Tür? Ja. Warte, wo ist die Tür? Warte, wo ist die Tür? Die letzte Tür macht die Tür quasi. Wo hast du schon aufgeschaut? Nein. Ich habe keine Pistle mehr. Das macht mich ein bisschen... Kinderzimmer. Ich bin im Kölner unten. Ich glaube, da gibt es etwas zum... Ist die Tür kaputt? Ja, ja, shit. Uh, Stufe, schau her. Was? Was ich im Kölner gefunden habe. A-A-A-K-U? It's not safe here. Why are we still here? Der Hund scheißt ja an. Wo? Wie? Ich weiß nicht, was du mögst. Ich bin an AKU. Boah, da ist noch etwas. Was ist das? Yeah, yeah, yeah. Mosberg. Mosberg. Mosberg! Ich habe immer für das Shit. Aber ich weiß nicht, wie ich die Drop oder so. Geht das, glaubst du? Keine Ahnung. Kann ich irgendwie in mein... Kann ich irgendwie in mein... Inventar? Glaub nicht. So... TIE. Ich muss jetzt noch mal schauen. So TIE ist der Pult. Ich bin gerade dabei. Das ist auch gemacht. Okay! Wieso ist denn die Musi so wild? Kann mir das irgendwer sagen? Ich will gar nicht wissen. Ah, warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich glaube, ich kann mit... Schau, schau, schau. Jetzt da kannst du es nehmen. Das wo ist doch. Ich will die Shotgun nehmen. Was ist die Shotgun nehmen? Ja. Ich habe schon. Der Bub. Ah, au, au, au. Okay. Oh Gott, ich bin da ausgedacht. Oh Gott, ich bin aufgemacht. Help, help. What? Ich habe ihn. Der Hund schreckt mich. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich bin einfach die Ladtafel. Dann hat er mich kaputt gemacht. Wo musst du mich hin? Wo musst du mich hin? Warte, ich zeig es von außen. Da weiter, da weiter. Wo ist der dumme Hund? Ich bin da unten mit dir. Ha, 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 ha. Auf dem mit dir? Du meinst da oben. Okay. Oh shit. Wo? Rechts einer. Ich habe ihn. Den Gang habe ich. Okay. Okay. Hier, über uns ist er. Wir hauen alle. Warte, warte, warte. Sch, 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 sch. Meine Warte, warte, hell. Okay, links sind zwei. Da ist einer. Und da ist einer. Thank you. Da wartet noch ein paar dir rein. Ah. Lol, das ist eine Elite-Zombie. Ein Kieber da mit einem Hemd. Den haben wir noch einmal um, oder? Jawohl. Sch, der wieder auf. Aha, du kannst. Keine Ahnung, wo. Hallo, hallo. Survivors Rescued? Survivors Rescued. Aha. Aaaahhh. Schau, der schmeißt mich ohne da her. Nein! Hier liegen nur... Aaaahhh. Wo soll ich jetzt rück? Haaaaahhh. Wo soll ich jetzt rück? Ist. Ah, ich bin 15 6. Sägerst du jetzt wieder. Passt. Ich habe ein Riefel. Herr Schwer, warte, mein Handy. Oh, wir haben ein Nachdalen bekommen. Ja, jetzt müssen wir eine rein. Aha. Das ist ja. Das tut jetzt. Okay. Das ist aber ein hässlicher Zeug. Okay. Aha, wir müssen. Wir sind jetzt im Haus drin. Beim Fenster kostet einer. Wow, fuck. Das haben wir jetzt über viel. Ich geh auf. Okay. Ich hab ja unten ein Zombie, zwei Zombies. Drei Zombies. Viert. Oh Gott, das sind viele. Scheiße, das sind viele. Vorne auch, vorne auch, umfohren, du. Oh, fuck. Die Mood ist aus. Fuck, 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 fuck. Oh Gott, what the fuck. Okay. Ja, ich bin der Zombie. Geil. Oh, bitte. What the fuck. Wir brauchen noch zwei Leute. What the fuck. Ah, man wird zum Zombie, wenn man tot ist. Ach so, okay. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, okay. Oh, okay. Hallo, Mister. Hallo, Mister. Hopala. 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 Geht's. Ich fang mal das Blut aus der Riege. Ich bin da genau da jetzt. Ich bin da genau da jetzt. Ah, ich sehe dich da schlampen am Lachen. Ah ja, da. Loll. Yard Sale. Hast du da schon mal geschaut? Mit ganzen Autos sind? Ich bin da, wo der aktivierte Rasenmäher in einen Zombie reingefahren ist und überall blut liegt. Das muss ich auch nur aufnehmen. Oh shit, komm, komm, komm. Ich hab's aktiviert unabsichtlich. Fuck. Fuck, ich bin Extraction. Wenn der Aktiviert Stufe fällt. Kimschi, 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 Kimschi. Mach mal die Tiertour. Mach mal die Tiertour. Das sind einige. Okay. Gut, er ist aber noch nicht so schnell geschnüht, oder? Armei. Komm rein, komm rein. Oh, er gibt's schon. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Ah, ich pack hinter dir. Ich mach zu. Okay, okay. Wer hilft denn jetzt? Okay, helf mir daher den Schieß durch, Schieß durch. Geht das? Ja. Ich hab noch einen, ich hab noch einen. Automatisch muss ich nur das selbe. Ich hab noch einen, okay. Das haben wir eh schon gemerkt. Ja. Ja. Wie vorne ist, hab ich gesehen, ich soll jetzt noch mal einer? Ja, zwei. Schießt er so? Ja, schießt er so gut. Okay. Ja, der unendlich für Munition, dann los. Ja, wir haben ja geschießt. Ach, das hast du gemacht. Ja, ist sie. Wie schaut's für dich aus? Bei mir schaut's gut, dass ich auch mal noch hinten so die Kugel ein bisschen. Wieso griff ich denn jetzt auch? Okay. Okay. Ich hab einen Nail-Gun gefunden. Damit keine Sachen bringen, glaube ich. Surge. Wooden. Oh! Ja, ich hab dich zurück, Bro. Das sind nur so viele. Vielleicht sieht man da einfach mal weggehen jetzt. Nein, ich glaub, du musst dich so holen, den Extraction Point. Ich glaub, du musst dich so holen, den Extraction Point. Das ist ja nicht der Extraction Point. Das ist ja der Typ im Cool Point. Ja, genau. Und wenn er so gehalten, dann müssen wir zum Extraction Point bringen. Wollen wir den mal durch? Ja, von mir oben da, aber ich hab alles. Ich hab alles. Wieso schießt er denn nicht? Ha! Nein! Ich hab alles superщёl! Ja, das hat das nicht sicher gemacht. Das ist alles super echt. Ach so, ich hab jetzt keine verdrechte, ne? Das hat mir gedacht! Kращ du siehst ab. Sodass mir die Straße gesp dúdig ist. Oh shit! Ich bin da nicht dran. Oh! Muss ich wieder losen! NAH! STIRN! Baseball Bat! Ihre Metal Bat! Jetzt haben wir's, jetzt haben wir's completed! Jetzt kommen wir einen Extract! Hier war, hier war nur Komfort schon gesunken! Wait, lass, lass, muss ich nicht auspacken! Okay, was müssen wir los? Ah, das ist richtig, ganz gescheit! Okay, da kommt wieder so ein wilder Zombie! Wieviel sind denn da, bitte! Alter, ich muss nicht mehr so, wie ich mich bringe, durch den Kopf nicht herum... Ah, fuck! AAAAAHHHHHHHHH! Ich...이�in nesse pfuck! What the fuck? So, der hat unseren Typen gefressen. Man, fuck, wir sind schlecht, Alter. Wir sacken komplett in den Gang. Komplett mies. Ciao.